Hallo und herzlich willkommen! Du möchtest erfahren, welche guten Gründe hinter dem Rad, eine Zitrone ans Bett stellen, stecken? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Denn ich verrate dir heute, warum dir eine aufgeschnittene Zitrone im Schlafzimmer gut tut, die Erkenntnisse verblüffen und laden ein, den einfachen Geheimtipp auszuprobieren. 1. Zitrone im Schlafzimmer für eine bessere Schlafqualität Wusstest du, dass dem Zitronenaroma eine beruhigende Wirkung nachgesagt wird? Du kannst demnach besser entspannen, schläfst schneller ein und sorgst auf ganz natürliche Weise für einen erholsameren Schlaf. 2. Zitronenduft macht aus Morgenmuffällen Morgenmenschen Du hast morgens oft Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen? Der frische Duft der aufgeschnittenen Zitrone sorgt für ein angenehmes Aroma und verleiht deinem Körper eine Art frische Kick. Die Zitronenscheibe neben dem Bett kann dir also durchaus helfen, locker flockig in den Tag zu starten. 3. Zitronenduft als Stimmungsaufheller Kein Witz, eine Studie konnte belegen, dass die Zitrusfrucht dein Wohlbefinden steigert, weil es das Glückshormon Serotonin fördert. Du kommst also nicht nur besser aus dem Bett, sondern gehst folglich auch glücklicher durch den Tag. Es erwarten dich weniger schlechte Laune und mehr Freude. Klingt doch verlockend. 4. Aufgeschnittene Zitrone gegen Erkältungen Die ätherischen Öle der Zitrone können Soforthilfe bei verstopfter Nase und Atemwegserkrankungen leisten. Im Idealfall wirken die Düfte über Nacht und können so ihre volle Wirkung entfalten. Dein Bronchialsystem wird es dir danken. 5. Zitronenduft vertreibt Insekten Speziell im Sommer hat die Zitrone in deinem Schlafzimmer noch eine ganz andere angenehme Wirkung. Sie vertreibt Mücken und weitere Insekten. Der Grund, die lästigen Insekten mögen den Duft der Zitrone nicht. Die gelbe Zitrusfrucht kann aber natürlich noch viel mehr. Im nächsten Video erfährst du, warum Zitronenessen so gesund ist. Der Link folgt in wenigen Sekunden. Hast du selbst schon Erfahrungen mit einer aufgeschnittenen Zitrone im Schlafzimmer gemacht? Falls ja, sag es mir in den Kommentaren unten und teile deine Erfahrungen. Dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Du möchtest kein Video von mir mehr verpassen? Dann drücke jetzt den Abonnieren-Knopf und schon wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Viel Gesundheit, deine Caro von Vital Schnabel mit einer persön Suche inанный Be meine Zielsetzen verbindration und irgendwas für meine Erja. – Wollt ihr besser уже eine Olme? – Wollte diese Schritte über irreverschen? – Wollt ihr den drinnen?